Lootfilter sind in Last Epoch super wichtig und damit ihr einen leichten Einstieg habt, habe ich euch jetzt mal ein paar wichtige Sachen zusammengetragen. Moin, mein Name ist Fupp, ich bin hier auf dem Kanal Stefans, Co-Moderator kann man sozusagen, ich helfe ihm bei der Videoproduktion und heute, ja, widmen wir uns dem für manche nervige, für andere vielleicht spannendes Thema, dem Lootfilter. Wir brauchen auf jeden Fall einen Lootfilter, weil es einfach viel zu viel Loot geht in dem Spiel, das ist natürlich was Gutes, aber damit wir nicht erschlagen werden, stellen wir uns dann ein, was wir sehen wollen und was wir nicht sehen. Hüpfen wir deswegen direkt mal rein. Direkt eine wichtige Info, bevor ich das vielleicht nachher vergesse, wenn ihr einen aktiven Lootfilter habt und dann die Taste X drückt, dann wird er kurze Zeit deaktiviert und ihr seht alles. So könnt ihr später checken, ob der Lootfilter funktioniert. Das werde ich nachher nochmal wahrscheinlich kurz zeigen, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Mit Shift-F öffnen wir das Menü und hier oben wählen wir dann aus, welchen Filter wir haben wollen. Am Anfang sieht das bei euch so aus, ich schiebe mich mal rüber auf die andere Seite und wenn ihr Lootfilter schon habt, dann könntet ihr im Dropdown-Menü hier auswählen oder einen neuen erstellen. Dann klickt ihr aufs kleine Plus hier. Da könnt ihr euch selber einer stellen oder aus der Zwischenablage einfügen. Das ist, wenn ihr online einen kopiert habt. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch machen, deswegen werde ich anhand eines Beispiels euch nachher auch ein bisschen was erklären. Zeige euch jetzt aber erstmal die Grundfunktion. Wir stellen einen neuen Filter her. Ich nenne ihn jetzt mal Video-Filter und mache hier Test 1, 2, 3. Da können wir uns dann auch ein nettes Symbol aussuchen, wie wir es mit dieser Axt in blau bestätigen das und dann haben wir das hier als Überschrift. Wir können bis zu 75 Regeln hinzufügen und diese Regeln können uns entweder Sachen aktiv anzeigen und die Gegenstände, wie sie angezeigt werden, verändern oder verstecken. Das regeln wir hier mit diesem Dropdown-Menü. Wir sagen Anzeigen, Ausblenden oder Neueinfärben. Neueinfärben bedeutet dabei auch automatisch anzeigen, bloß eben in einer anderen Farbe, zum Beispiel eine von diesen. Der wahrscheinlich allererste Filter, den viele haben wollen, ist, dass schwache Gegenstände ausgeblendet werden. Das werden wir auch gleich machen. Ich zeige euch nur kurz nochmal die anderen Felder. Wir können die Gegenstände ein bisschen mehr hervorheben, wenn wir dieses Feld anklicken. Dort wird dann statt Groß- und Kleinschreibung alles in Groß geschrieben, wenn ein Item droppt. Und wir können auch einstellen, von welchem Level bis zu welchem Level ein Filterakt. Hier können wir zum Beispiel sagen Level 23 bis 25. Quatsch, aber könnten wir theoretisch machen. So, nun wollen wir die Items verbergen, die schlechten. Da sagen wir dann Ausblenden. Und damit das Spiel weiß, was wir ausblenden müssen, müssen wir eine Bedingung hinzufügen. Das klicken wir jetzt an. Die müssen wir dann hier oben spezifizieren. Wir haben verschiedene Ober-Überkategorien. Zum Beispiel, welche Stufe das Item haben darf oder muss oder Klassenanforderungen oder eben in unserem Fall die Seltenheit. Seltenheit ist ausgewählt. Dann können wir jetzt sagen, okay, ich möchte keine normalen und keine magischen Gegenstände. Das ist ganz am Anfang eine gute Einstellung. Haben wir das gemacht, klicken wir auf Hinzufügen. Und zack, wir haben unsere erste Regel. Diese ist aktiv. Das können wir an dem kleinen grünen Haken hier sehen. Den können wir auch ausklicken. Dann wäre die nicht mehr aktiv. Und das können wir jetzt ganz einfach checken, indem wir ein gelbes Item rauswerfen. Das sehen wir noch. Und jetzt werfe ich ein blaues Item raus. Das sehe ich nicht mehr. Wenn ich jetzt X drücke, dann sehe ich ihn wieder. Und wenn ich X loslasse, der Filter wieder aktiv und ich sehe es nicht mehr. Wir können natürlich auch noch mehr Regeln hinzufügen. Wir können auch die vorhandenen Regeln abändern. Zum Beispiel, wenn ich später jetzt ein höheres Level habe, dann kann ich sagen, oh, ich möchte aber auch keine seltenen Items mehr sehen. Dann wird das aktualisiert. Und zack, wenn ich jetzt das gelbe rauswerfe, die sehe ich auch nicht mehr. Sobald man mehrere Regeln hat, zählt immer die Regel oder die Regel, die oben steht, ist immer wichtiger als die darunter. Ich blende jetzt alle Items aus, die ich hier nicht haben möchte. Es kann aber sein, dass ich mir bestimmte seltene Items anzeigen lassen möchte. Ich mache da drüber dann eine Regel, wo ich nochmal genauer spezifiziere, welche ich sehen möchte. Und darunter alles, was ich dann nach wie vor nicht haben möchte, wird dann ausgeblendet. Fügen wir mal eine Regel hinzu. Dort sage ich dann, hey, ich möchte das angezeigt bekommen. Und zwar, was möchte ich angezeigt bekommen? Ich möchte ein Item angezeigt bekommen, was einen bestimmten Affix hat. Dieser Affix kann ganz, ganz viel sein. Das kann einfach eine Art des Angriffs sein. Das kann für welche Klasse das Item ist sein. Hier dann zum Beispiel für einen Primalisten spezifische, erhöhter Effekt für Aspekt High. Wir können jetzt bei Attribute, wenn ich das anklick, werden alle ausgewählt. Oder ich kann mir nur ein bestimmtes auswählen. Zum Beispiel, nehmen wir mal Vitalität, sage ich bestätigen. Wir haben hier gesagt, das wird uns dann angezeigt. Wenn wir mehrere Affixe auswählen, dann können wir auch sagen, okay, da müssen Minimum zwei oder mehr davon drauf sein. In diesem Fall haben wir nur einen ausgewählt. Also kann es auch nur einer sein und fügen das hinzu. Diese Regel ist jetzt über dieser. Und deswegen sollten diese Schuhe jetzt angezeigt werden. Zack, werden sie. Wir haben eigentlich seltener Gegenstände ausgeblendet. Aber dadurch, dass diese Schuhe Vitalität haben und die Regel mit der Vitalität über der anderen ist, werden die angezeigt. Kleiner Gegencheck. Wenn ich die Anordnung jetzt tausche, dann wird das ausgeblendet. Auch nochmal ein Gegencheck. Wenn ich hier den Haken rausnehme, muss man dann einmal aus dem Menü raus. Zack, wird es auch ausgeblendet. Und so kann man sich natürlich ein riesiges Regelwerk spinnen. Ein kleines Beispiel, was ich ganz am Anfang beim Spiel gemacht habe, wo ich das auch noch nicht so gut kannte. Da habe ich dann einfach gesagt, hey, ich möchte auch bis selten nichts mehr sehen. Habe danach eine Regel gemacht, dass wenn Items selten sind und einer dieser Gegenstandstypen haben, zwei Handwaffen, Rüstung, Zubehör oder Götzen, dann sollen sie mir angezeigt werden. Das war ganz am Anfang zum Leveln gut. Da habe ich dann genug Sachen gesehen, die ich anziehen konnte. Später hätte es dann keinen Sinn mehr gemacht. Wenn wir jetzt wieder in den Videofilter hier gehen und die Regel mit der Vitalität nehmen, da könnten wir dann noch mehr Affixe hinzufügen, was da auf jeden Fall drauf sein muss. Wir könnten zum Beispiel einfach alle Attribute dazu nehmen. Und dann können wir sagen, hey, da müssen minimum zwei drauf sein. Dann sehen wir schon mal wenige Items. Wir können dann auch noch fortgeschrittene Optionen anklicken. Und hier können wir dann auswählen, wie hoch der Rang der ausgewählten Fähigkeiten sein muss, damit das angezeigt wird. Das ist dann später wichtig, wenn man nur noch wirklich wenig Items sehen will. Für den Anfang eher nicht. So, das sollte euch jetzt ein Grundverständnis gegeben haben. Und jetzt würde ich gerne mit euch über ein Beispiel gehen, was ich von Maxroll mir geholt hatte und für meinen eigenen Charakter benutzt habe. Und zwar, hier sehen wir, das sind 31 Regeln, also ordentlich mehr. Und ganz unten fängt es wieder an, mit alle nicht so guten Items auszublenden. Darüber haben wir eine Regel, dass experimentelle Affixe und persönliche Items angeblendet werden. Also zum Beispiel dieser Gürtel hier, der würde dann angezeigt werden. Darüber haben wir eine Regel, dass alle Idols, also alle Götzen, ausgeblendet werden. Da fragt ihr euch dann sicherlich, wieso? Ganz einfach, weil wir darüber mehrere Regeln haben, wo wir dann sagen, welche Götzen wir sehen wollen. Diese werden auch neu eingefärbt, das kann ich euch dann direkt mal zeigen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir, dass wir diese Farbe hier ausgewählt haben. Und wir haben einfach nur die Regel erstellt, ich möchte allgemeine Götzen und meine Götzen. Direkt darüber ist eine strengere Regel. Die sind jetzt, so wie sie angeordnet sind, beide aktiv. Ich könnte, wenn ich genug Götzen gefunden habe, dann einfach die untere deaktivieren und dann sehe ich weniger Loot. Aber wenn ich dann Loot sehe, dann ist der sehr, sehr gut. Auch eine nützliche Funktion, was in vielen Guides immer dabei ist, sind Neueinfärbungen für seltene Affixe auf den Items. Diese sollten wir dann zerstören, damit wir die Splitter bekommen. Und in diesem Fall ist das mit Orange eingefärbt. Und hier wurden Affixe ausgewählt, die nicht super selten sind, sondern eher nützlich. Und die wir häufig auf unseren Items brauchen, also wo wir auch häufig was von raufrollen. Und da wurde dann gesagt, hey, die müssen dann aber dafür Minimum Rang 4 sein, damit sich das auch lohnt. In der Regel, da drüber wurden nochmal seltenere genommen. Wenn wir darauf klicken, dann sehen wir, da gibt es keine fortgeschrittene Regel. Da reicht es einfach, wenn wir die finden, um die kaputt zu machen. Die nächste Regel, zeige alle erhabenen Gegenstände. Das ist eine Option, die ist auch in vielen Builds mit drin. Das ist einfach, dass alle Items, die einen Tier 6 wert oder höher haben, immer angezeigt werden. Das kann irgendwann, sobald man in wirklichen End-End-Game drin ist, ein bisschen viel werden. Da kann man dann überlegen, ob man das noch ein bisschen runterbricht. Aber hier macht das auf jeden Fall noch Sinn. Eine ähnliche Regel ist hier gewählt worden. Da werden die, die hochgerollt sind, aber nochmal hervorgehoben, indem sie großgeschrieben werden. So, und danach kommen ganz viele Regeln für die einzelnen Items, die mein Build haben will. Ich will zum Beispiel einen bestimmten Zauberstab haben. Da wurde dann gesagt, was für einer das sein soll und welche Werte der drauf haben soll. Später, wenn ich bessere schon gefunden habe, dann kann ich sagen, okay, ich möchte die normale Regel hier ausstellen und möchte nur noch die strikte Version haben. Davon gibt es ganz viele Regeln hier. Und ganz oben sind nur noch zwei weitere Regeln. Die oberste, wir wollen immer alle Set- und einzigartigen Gegenstände angezeigt bekommen. Das ist, ja, eigentlich immer nützlich. Mir wird da kein Szenario entfallen, wo es gar keinen Sinn macht. Und rot eingefärbt wird das, was super, 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 super wichtig ist, von den Affixen, welches es entweder zum Beispiel selten gibt oder extrem wichtig für mein Build sind. Und dass ich das auf gar keinen Fall verpasse. Ja, ich hoffe, mit dieser kleinen Einleitung und dem Beispiel könnt ihr jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser das System verstehen. Da kann man natürlich irrsinnig viel mit rumspielen. Am Anfang reichen definitiv simple Filter. Später, wenn man aber auch ein bisschen ein Händchen dafür bekommen hat, kann man sich selber was bauen. Denkt dran, ihr könnt es immer mit X checken, ob das wirklich geklappt hat. Und so solltet ihr dann bestens vorbereitet sein für euer nächsten Abenteuer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bleibt doch gerne mit einem Abo da, falls euch das hier geholfen hat. Und dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. Schaut auch gerne noch hier in die Videos rein. Und ja, ich sag dann nur vielen Dank. Ciao Kakao. Euer Fub. Tödö.